Ja, Off-Off-Theater. Unsere Nominierten in der Kategorie Beste Off-Produktion haben nicht minder Verblüffendes geleistet. Nikolaus Habian hat den Begriff Puppenspiel neu definiert, davon konnten sie sich heute ja schon während der Gala ein Bild machen. Sein Stück F. Zavrel, erbbiologisch und sozial minderwertig, geschrieben mit Simon Meusburger, ist eine Kunstform, wie man sie selten zuvor so gesehen hat. Als Balanceakt zwischen Satire und Dramatik überraschte Gernot Plass mit dem Stück Hamlet sein. Eine Überarbeitung des Shakespeare-Textes in moderne Drehbuchsprache, die die Tragödie in unsere Gegenwart holt. Und schließlich Babette Ahrens Inszenierung von Nachtasyl, Maxim Gorkis großes Stück ohne den Pathos der Revolution, herübergerettet in eine Sozialpension der Gegenwart. Ein verstörender Blick auf die Zeitlosigkeit von Not und Elend. Meine Damen und Herren, die Nominierten in der Kategorie Beste Off-Produktion und ihre Arbeit. Bringen wir uns hier wirklich um? Erbbiologisch und soziologisch minderwertig. Unterbringung in eine unterrichtslose Klasse. Richtig! Handel! Richtig! Ja, jetzt weiß ich viel! Handel! Rache! Vater, Mörder, König, Onkel, Mutterschänder, Hure, Clown! Das werde ich mir jetzt mal notieren. Bühnenkönig und ein Schwein! In Dänemark kann man das sein! Nur sein, das ist's. Die Frage nach dem Nichtsein stellt sich gar nicht. Weil man ja im Sein ist, nicht im Nichtsein. Não, das war so viel! Spannend, die Römer ist, nicht im Nichtiden! Die beste Off-Produktion, meine Damen und Herren, das ist ein ganz spezieller Preis beim Nestroy. Denn er ist der einzige Preis, der nicht nur mit Ehre, sondern auch mit Geld verbunden ist. Und wir werden uns jetzt gleich erklären lassen, wie es dazu kommt von jenem Mann, der dieses Geld hergibt. Ich meine, er gibt es nicht her, wir geben es her als Steuerzahler, aber er, er darf es ausgeben. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir den Wiener Kulturstadtrat Andreas Maylard-Pokorni. Herr Stadtrat, jetzt mal Hand aufs Herz. Was bedeuten Ihnen die kleinen Bühnen? Schwierige Frage. Nein, ganz einfache Frage. Ganz, ganz viel. Die kleinen Bühnen sind natürlich so etwas wie der Hummus, so etwas wie der Motor des Neuen im Theater. Aber lassen Sie mich einmal eines sagen. Das, was wir hier heute den ganzen Abend übersehen, ist in der Tat ein wirklich beeindruckender Leistungsnachweis dessen, was Theater imstande ist, für uns alle zu schaffen. Das muss man sich einmal vorstellen. Abend für Abend schaffen Sie, meine Damen und Herren, die Sie auf der Bühne stehen, die Sie hinter der Bühne stehen, Ungeheures für die Menschen hier. Und ich habe mir das vorher einmal raussuchen lassen. Drei Millionen Besucherinnen und Besucher allein in Wien Jahr für Jahr, die ins Theater gehen. Das ist ziemlich viel. Jetzt, man könnte es sich sehr einfach machen und sagen, jeder Wiener vom Baby bis zum Kreis geht zweimal im Jahr ins Theater. Also, das ist natürlich nicht so, sondern es gehen manche sehr, sehr viel öfter ins Theater. In einer großen Anzahl von Bühnen, das sind etwa 4000 Aufführungen, wenn ich das richtig im Kopf habe, auf über 100 Bühnen. Und allein, was das Off-Theater anbelangt, sind das 300 Produktionen bzw. 300 Projekte bzw. 300 Gruppen, die hier Arbeit machen. Und oftmals, das ist mir wohl bewusst, unter sehr, sehr prekären Bedingungen. Dennoch, das Theater lebt. Das Theater zieht ungeheuer viele Menschen an. Und ich sage immer, für alle, die sagen, der Sport ist sozusagen die Massenveranstaltung und das Theater ist die Elite-Veranstaltung, die Zahlen sprechen anderes. Drei Millionen Besucherinnen und Besucher in Wien und sehr viel mehr noch in ganz Österreich sind ein wirklich toller Beweis dafür, wie sehr das Theater lebt. Und ich bedanke mich sehr. Wien ist natürlich und bleibt auch eine Theaterstadt. Auch und gerade auch, was das Off-Theater anbelangt. Und eine davor meiner Unterstützung, ich bin schon fertig, ist, dass wir diesen Preis hier auch unterstützen. Das heißt, derjenige, der gewinnt oder diejenigen, die gewinnen, kriegen dann auch die nächste Produktion gefördert. Ja, jetzt muss ich nachschauen, wer es ist. Jetzt sind Sie dran mit dem Öffnen des Kuverts. Herr Stadtrat, bitte nennen Sie uns den Namen. Die beste Off-Produktion und damit der Nestroy 2012 geht an Nikolaus Habian, Simon Maisburger. Und dann können Sie uns den Namen. Ja, das ging jetzt sehr, das war jetzt sehr schnell, überraschend. Ich bin schneller als für mich wahrscheinlich, weil ich bin da gesessen. Ja, ich möchte mich zuerst einmal ganz, ganz wichtig, heute ist das gesamte Team dieser Produktion da und ich möchte mich bei allen bedanken. Lisa Zingele am Kostüm, Petra Nickel, Dramaturgie, Simon Meusburger Regie. Janne Ebert, unsere Assistentin bei dem Stück und Mitstreiterin in unserer Direktion. Genau und falls wir irgendwen vergessen haben, tut es uns leid, aber ich glaube nicht. Und unser ganz spezieller Dank geht natürlich an Friedrich Zavrel. Er ist heute auch hier und da sind wir ganz besonders glücklich, dass er heute mit uns diese Verleihung miterleben darf. Danke Friedrich, danke schön. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank und ja, kommen Sie zu uns in Schuberttheater und schauen Sie sich die Produktion an. Es lohnt sich und sie wird sie noch ganz lang spielen. Dankeschön. Ein festes Theater, meine Damen und Herren, ist dieser Abend heute und es ist eine Freude für mich, immer mehr und mehr und mehr Kollegen im Publikum zu sehen.